Willkommen zurück, Gemeinde. Der Apostel Paulus sagt, ich bin im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Als ich das vor ein paar Jahren zum ersten Mal gelesen habe, konnte ich mich nicht mit dem identifizieren, was Paulus hier sagt, denn er schreibt, ich sehe. Dabei schreibt er das an Leute, die weit entfernt waren. Er schreibt, ich sehe im Geist eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens. Doch jetzt verstehe ich es. Wenn wir uns online versammeln, sehe ich euch alle jedes Mal als Gemeinde. Ich sehe euch im Geist und ich sehe eure Reaktionen. Wir müssen gar nicht warten, bis wir wieder physisch zusammenkommen können, um zu genießen, dass wir eine Gemeinde sind. Wir können einander auch im Geist sehen. Vergiss nicht, Kind Gottes, du bist nicht nur ein physisches Wesen. Als du wiedergeboren wurdest, hat Gott bestimmt, dass du im Geist leben und wandeln sollst. Deswegen kannst du Dinge im Geist wahrnehmen. Du kannst Dinge sehen, die auf natürliche Weise nicht sichtbar sind. In der Bibel steht, dass alle Dinge, die auf natürliche Weise sichtbar sind, vergänglich sind. Aber die Dinge, die unsichtbar sind, sind ewig. Ich sehe euch also. Manchmal sehe ich sogar im Geist, wie Menschen auf das Wort reagieren, dass ich predige. Und ich sehe Durchbrüche. Ich sehe, wie Menschen befreit werden. Manchmal sehe ich in meiner Gebetszeit vor dem Gottesdienst im Geist, dass bestimmte Dinge geschehen. Aber oft sehe ich es, während ich predige. Ich sehe euch also und danke Gott für eure Standfestigkeit. Ich danke Gott für eure Sehnsucht danach, mehr vom Herrn zu erfahren. In der Bibel steht, dass uns Gnade, unverdiente Gunst und Frieden, auf Hebräisch Shalom, auf Griechisch Airene, immer mehr zuteil werden, wenn unsere Erkenntnis über Gott und unseren Herrn Jesus zunimmt. Wir haben schon oft gesagt, dass mit dem hebräischen Shalom nicht nur innerer Friede gemeint ist, sondern auch Gesundheit und Wohlergehen in Bezug auf dein ganzes Sein, einschließlich deines Körpers. Genau das bedeutet Shalom. Gott verspricht dir also, dass dir unverdiente Gunst mehr und mehr in deinem Leben zuteil wird. Und auch Shalom, Frieden und Wohlergehen werden dir immer mehr zuteil werden, durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Das Wort hier bei Erkenntnis ist im Griechischen ein Wort, das richtige und volle Erkenntnis bedeutet. Keine teilweise Erkenntnis, sondern volle Erkenntnis. Wenn unsere Erkenntnis des Herrn Jesus Christus immer weiter zunimmt und wir ihn immer besser kennenlernen, werden uns Gnade und Frieden immer mehr zuteil. Begeistert dich Gottes Wort? Ja. Und du möchtest mehr vom Herrn hören. Genau wie Martha, die besorgt und unruhig war, weil sie nicht auf das Wort achtete, gibt es auch heute Menschen, die nicht auf Gottes Wort achten. Sie hören nicht auf Gottes Wort. Sie nehmen sich keine Zeit, um Jesus zu Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören. Maria dagegen tat das. Schauen wir uns die Geschichte noch einmal an, denn darüber möchte ich heute predigen. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam, und eine Frau namens Martha nahm ihn, Jesus, auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte, sag einmal, setzte. Das ist eine Haltung der Ruhe. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Es geht hier also nicht nur ums Hören, sondern zuerst einmal ums Sitzen und Ruhen und dann ums Hören. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Weißt du, ich habe eine Aufgabe. Ich glaube, dass der Herr dir in der kommenden Zeit immer mehr vom gelobten Land für dich und deine Familie enthüllen wird. Über das Land der Ruhe. Für den Christen von heute ist unser gelobtes Land, das Land, in dem Milch und Honig fließen, ein Ort der Ruhe. Und Gott möchte, dass wir in diese Ruhe eintreten. In der Bibel steht, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt, wie die Israeliten in der Wüste. In der Bibel steht, die Heilsbotschaft, das Evangelium, das ihnen verkündigt wurde, hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Gott sagt also, folgt nicht diesem Beispiel des Unglaubens. Bemühen wir uns darum, in diese Ruhe einzugehen. Mit anderen Worten, das Gegenteil von Unglauben ist in diesem Zusammenhang nicht Glauben, sondern Ruhe. Denn Ruhe ist eine Haltung des Glaubens. Wenn du ruhst, vertraust du Gott. Der Herr hat mir gesagt, dass ich euch allen sagen soll, dass er euch von einer Krankheit heilen will. In den kommenden Tagen will er, dass die Heilung in deinem Leben sichtbar wird. Was für eine Heilung ist das? Es ist keine körperliche Krankheit, kein körperliches Leiden. Es ist die Krankheit der Eile, die Krankheit des Gestresstseins. Davon möchte Gott dich heilen. Wir sollen nicht gestresst sein, denn Stress ist kein Glaube. Amen? Wir leben in einer Gesellschaft, in der es eine anerkannte kulturelle Norm ist, ständig beschäftigt und gestresst zu sein. Wir denken, dass es eine Ehre und Errungenschaft ist, wenn man als jemand bekannt ist, der immer beschäftigt ist. Wir leben in einer Kultur, in der wir denken, dass beschäftigt zu sein das Gleiche ist wie erfolgreich zu sein. Aber ich will dir etwas sagen. Wenn der Herr etwas zulässt, dann gibt es einen Grund dafür. Es gibt Dinge, die wir lernen sollen. Und ich denke, dass er von uns möchte, dass wir es ruhiger angehen lassen und dass wir anfangen zu leben. Das Leben, das du damit rettest, könnte dein eigenes sein. Wenn du eine A-Persönlichkeit bist, dann bist du ehrgeizig. Du musst immer zuerst da sein. Du musst unbedingt Erfolg haben. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass wir unseren Job nicht haben, um faul zu sein. Er möchte, dass wir Früchte bringen. Aber denk daran, was Jesus gesagt hat. Wir bringen Frucht, wenn wir in ihm bleiben. Nur, wenn wir in ihm bleiben, bringen wir Frucht. Die Reihenfolge ist, wir bringen Frucht, dann mehr Frucht und dann viel Frucht. Und das gilt sowohl für dein Glaubensleben als auch für deine Arbeit oder deine Aufgaben im Leben und alles andere, was du tust. Wenn du in deinem Leben gute Früchte sehen willst, in deiner Ehe, deiner Kindererziehung, bei deinen Kindern, in welchem Bereich der Ernte du auch gute Früchte sehen willst, dort sagt Gott zuallererst einmal, bleibt in mir. Und dieses Bleiben ist das Gegenteil davon, gestresst herumzurennen und zu versuchen, dies und jenes zu erreichen, als stecke man in einem Hamsterrad. Wer im Hamsterrad ist, ist ein Hamster. Also, hört zu, mein Freund. Kommen wir zur Ruhe und fangen wir an zu leben. Kommen wir zur Ruhe und leben wir für die Herrlichkeit Gottes. Martha wusste hier, dass sie einen Ehrengast hatte, den Herrn Jesus Christus selbst, den Mensch gewordenen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sie war damit beschäftigt, das Essen für ihn vorzubereiten. Doch dann wurde sie ärgerlich, nicht wahr? Sie ärgerte sich über ihre Schwester. Und statt direkt mit ihrer Schwester zu reden, gab sie dem Herrn die Schuld. Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Das passiert, wenn wir gestresst und in Eile sind. Dann haben wir das Gefühl, dass uns keiner hilft und dass wir alles allein machen. Vielleicht machst du etwas, wozu der Herr dich gar nicht berufen hat. Vielleicht sagt er zu dir, weißt du was? Lass das alles. Ich habe über 5000 Menschen mit nur fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Ich weiß, wie man Menschen satt macht. Mach dir also keine Sorgen, wie du mich satt bekommst. Setz dich mir zu Füßen und lass dich von mir versorgen. Lass dich von mir bedienen. Lass dich von mir segnen. Nimm, was ich dir gebe. Vielleicht möchte der Herr genau das von dir, damit du von all dem stressfrei sein kannst. Wenn wir gestresst sind, ist das ein Zeichen dafür, dass wir nicht auf Wegen des Friedens unterwegs sind. Wenn der Herr dich führt, führt er dich immer mit Frieden. In der Bibel steht, ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Geleitet werden. Du wirst in Frieden geleitet werden. Wenn du also unruhig und ängstlich bist und dich gestresst fühlst, kannst du sicher sein, dass du nicht vom Geist geführt wirst. Dann bist du nicht auf den Wegen des Friedens unterwegs, die er für dich vorbereitet hat. Denn Gott führt uns immer mit Frieden. Dieser Friede ist etwas, das Jesus uns in der letzten Nacht hinterlassen hat, bevor er gekreuzigt wurde. Dort im oberen Raum sagte er, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Gott sagt also, dass auch die Welt einen Frieden gibt. Aber der Friede von Jesus ist ein Friede, den wir auch erleben können, wenn wir schwere Zeiten wie eine Pandemie durchmachen. Auch dann können wir diesen Frieden spüren. Und dieser Friede umfasst nicht nur inneren Frieden, sondern auch Gesundheit und Wohlergehen. Das Wort Shalom bedeutet im Hebräischen auch Reichtum und Vollständigkeit. Es ist ein großes Wort. Ein Wort, das alles einschließt. Shalom. Und als Jesus dort im oberen Raum zu den Jüngern sagte, Frieden hinterlasse ich euch, da sagte er das auf Hebräisch oder Aramäisch. Und darum sagte er Shalom, meinen Frieden, meine Gesundheit, mein Wohlergehen. Die Jünger erlebten nie, dass Jesus krank war. Sie erlebten nie, dass er gestresst oder in Eile war. Das hebräische Wort für Eile heißt übrigens hfusch. Das klingt wie jemand, der vorbeizischt. Hufsch. Das ist das hebräische Wort für Eile. Und in der Bibel steht, wer glaubt, treibt nicht zur Eile. Jesus sagt also, ich gebe euch meinen Frieden. Sie erlebten ihn nie in Eile, nie unruhig. Er hatte immer für jeden Zeit. Er bewegte sich im Rhythmus der Gnade. Und er hatte Zeit. Hast du das auch schon bemerkt? Manche seiner Antworten oder sogar seine Predigten entstanden aus Situationen heraus, auf die er im Natürlichen nicht vorbereitet war. Natürlich wissen wir, dass der Herr vom Geist geführt wurde. Aber oft genug traf er auf jemanden, der etwas sagte und antwortete darauf, und daraus wurde auf einmal eine Predigt. Oder er traf jemanden wie zum Beispiel Zacchaeus auf dem Baum. Das war nicht geplant gewesen, okay? Natürlich können wir sagen, dass es von Gott geplant war und er Zacchaeus geführt hatte. Aber ich meine hier die kleinen Dinge im Leben. Wir alle erleben immer wieder Situationen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Und doch will Gott, dass wir innehalten und nicht in Eile sind und uns für die Person Zeit nehmen, die da vor uns steht. Genießt den Moment im Jetzt. In der Bibel steht, jetzt ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Und das hebräische Wort an dieser Stelle für jetzt ist, jetzt ist die Razon-Zeit. Weißt du noch, was Razon heißt? Im Griechischen heißt es, jetzt ist die Dektos-Zeit. Es ist eine Zeit, in der Gottes Gunst reichlich vorhanden ist. Und wann ist diese Zeit? Nicht nur einmal im Jahr. Nicht nur zu einem bestimmten Zeitraum. Es ist jetzt. Doch das werden wir nicht merken, wenn wir in der Zukunft leben. Und mit in der Zukunft leben meine ich, dass wir so oft in Eile sind, um etwas in der Zukunft zu erledigen. Oder wir überholen uns quasi selbst, um Erwartungen oder Ziele zu erfüllen. Oder wir warten auf ein bestimmtes Ereignis wie Weihnachten oder ein neues Jahr. Dann bin ich glücklich. Dann können wir feiern. Nein, Freund, feiern wir, während wir auf dieses Ereignis zugehen. Oder während wir auf die Ziele hinarbeiten, die wir uns gesetzt haben. Genießen wir die Reise. Jesus hat seine Reise genossen. Jesus hat sich für Zacchaeus Zeit genommen. Er war überhaupt nicht darauf vorbereitet. In der natürlichen Welt war nichts vorbereitet. Er sah Zacchaeus, weil Zacchaeus auf einen Baum geklettert war, um ihn zu sehen. Aber er blieb stehen und sagte, Zacchaeus, steige schnell herab. Denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das ist übrigens der einzige Moment, in dem Jesus jemanden zur Eile antreibt. Sonst sagt er immer, dass wir Ruhe und Frieden haben sollen. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch nicht. Wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Er sagt nur, beeil dich, mach schnell, wenn jemand gerettet werden muss. Und das sagte er zu Zacchaeus, als er auf dem Baum saß. Jesus sagte zu Zacchaeus, Zacchaeus, steig schnell herab, beeil dich, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Warum? Beeil dich, weil du gerettet werden musst. Zacchaeus, beeil dich, meine Rettung anzunehmen. Und Zacchaeus nahm sie an. Weißt du, wo Jesus sagt, meinen Frieden hinterlasse ich euch und ihnen den Frieden überlässt, ist das Wort für hinterlasse nicht das gleiche wie in der nächsten Zeile bei gebe ich euch. Das Wort gebe ist das einfache griechische Wort didomi. Aber hier bei Frieden hinterlasse ich euch ist es, wie wenn jemand gestorben ist und ein Testament hinterlässt. Er vererbt es dir. Mit anderen Worten, Jesus sagt hier meinen eigenen Schalom, meinen inneren Frieden, meine Gesundheit, mein Wohlergehen. Und Jesus war nie krank. All dies hinterlasse ich euch. Ich vererbe es euch. Wir sollen nur eine Sache tun. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das ist deine Verantwortung. Das ist deine Aufgabe. Wir beschützen in unserem Leben so viele Dinge. Wir beschützen unsere Gesundheit. Deswegen machen wir Sport und achten darauf, was wir essen. Und wir beschützen unsere Familien. Wir beschützen unsere Kinder. Wir beschützen so vieles. Aber der Herr sagt zu uns, beschützt nur diese eine Sache, die ich euch sage. Damit beschützt ihr alles andere. Und was ist das? Dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Nicht der Tod? Beschütze dein Herz. Und er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Jeden Tag werden Dinge geschehen, die dein Herz beunruhigen. Es werden Dinge geschehen, die uns sagen, aber was ist wenn? Was ist wenn? Wer in der Vergangenheit lebt, benutzt immer die beiden Worte, wenn nur. Wenn nur das nicht passiert wäre. Wenn ich nur diese Chance gehabt hätte. Wenn ich nur in jene Familie hineingeboren worden wäre. Wenn nur dies, wenn nur das. Das liegt alles in der Vergangenheit. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Oder du machst dir Sorgen um die Zukunft. Bei der Vergangenheit ist es eher ein Bedauern. Aber bei der Zukunft sind es Sorgen und Ängste. Und da sind die beiden Worte, was wenn? Was wenn? Was wenn mich das Virus erwischt und dies passiert? Was wenn diese körperlichen Schmerzen ernster sind, als ich dachte? Was wenn? Was wenn? Du lebst im Heute. Aber du machst dir Sorgen um die Zukunft. Dabei hat uns der Herr versprochen, dass er uns heute unser tägliches Brot gibt. Er sagt nie, unser monatliches Brot gibt uns heute. Es gibt immer nur Gnade, Versorgung, Gunst für einen Tag nach dem anderen. Und er möchte, dass wir im Jetzt leben. Jetzt ist die angenehme Zeit. Lebe im Jetzt und nicht in der Zukunft, wo es noch keine Gunst gibt, kein Dektos. Denn die angenehme Zeit ist jetzt. Jetzt ist die Dektos-Zeit. Das bedeutet die Zeit der Gunst. Wenn du dir Sorgen machst und damit in der Zukunft lebst, findest du dort keine Gunst. Welche Bereiche dir auch Sorgen machen? Der Herr möchte heute, dass du mit ihm im Jetzt lebst. Heute ist die angenehme Zeit. Die Dektos-Zeit. Die günstige Zeit. Nicht in der Zukunft. Mach dir also keine Sorgen um die Zukunft. Und lebe auch nicht im Bedauern über die Vergangenheit. Verschwende nicht dein Leben im Jetzt mit der Vergangenheit. Ich erinnere mich noch daran, wie es war, als wir Jessica bekamen und sie ganz neu geboren war. Sie war mein erstes Kind. Da weiß man ja noch nicht, auf was man sich einlässt. Und dass sie jede Nacht weinen. In dieser Zeit habe ich mir angewöhnt, lange aufzubleiben. Ich las bis spät in die Nacht, weil ich wusste, dass sie weinen würde. Und ich wollte Wendy entlasten und Jessica herumtragen oder füttern oder was auch zu tun war. Ich gewöhnte mir also damals an, bis spät nachts zu lesen. Und ich tue das bis heute. Damals fragte ich mich, wie lange das wohl dauern würde. Und ich habe es nicht wirklich genossen. Ich habe sie geliebt, aber diese durchwachten Nächte und all das habe ich nicht wirklich genossen. Doch jetzt schaue ich sie mir an und es ist so schnell gegangen und sie ist erwachsen. Sie ist eine wunderschöne junge Frau. Und ich denke mir manchmal, wo sind all die Jahre hin, wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte? Ich weiß, dass es vielen von euch mit euren Kindern genauso geht. Genießt jeden Moment, denn es wird so schnell vorbei sein. Amen. Selbst das Aufstehen in der Nacht ist so ein Privileg. Ich sagte das also zum Herrn. Und der Herr wartete eine Weile, bis wir vor ein paar Jahren Justin bekamen. Und dieses Mal war ich bereit. Ich war bereit, jeden Moment zu genießen. Jedes Mal, wenn er aufwachte, freute ich mich sogar über sein Schreien. Es war Musik in meinen Ohren, wenn ich ihn schreien hörte. Ich wanderte mit ihm auf und ab und betrachtete es als Privileg. Denn ich erinnerte mich daran, wie ich Gott um noch ein Baby gebeten hatte. Ich hatte ein Kissen in den Arm genommen, war im Zimmer auf und ab gegangen und hatte ein Lied gesungen. Ich weiß sogar noch, welches es war. Herr und Gott der Himmelsheere, für uns ins verheißene Land. Justin kennt dieses Lied von klein auf. Wenn ich singe, für uns ins verheißene, sagt er, Land. Das war mein Akt des Glaubens, als ich Gott um ein Kind bat. Denn ich wusste, dass ich jeden Moment mit diesem Kind wertschätzen würde. Justin ist jetzt neun Jahre alt. Vor ich kann ihn nicht mehr lange tragen, weil er schon so groß und stark ist. Ich musste ihn bald wieder absetzen. Aber vielleicht bist du gerade in dieser Phase und hast kleine Kinder. Genieße jeden Moment, den du mit ihnen hast. Sei im Jetzt da und liebe sie jetzt. Mach dir keine Sorgen um die Zukunft. Die Zukunft wird für sich selbst sorgen. Ich genieße also den Segen, den Gott mir geschenkt hat. Und ich kann für Menschen da sein, die erwachsene Kinder haben, weil ich Jessica habe, die ich sehr liebe. Aber ich habe auch ein jüngeres Kind, Justin, und habe auch da einen Bezug. Ich denke, Gott hat mich mit einem älteren und einem jüngeren Kind beschenkt, damit ich mich an alles erinnere und mich mit vielen Leuten in meiner Gemeinde identifizieren kann. Preis den Herrn. Auch in der Ehe genießen wir das jetzt. Wir sagen nicht, oh, wir werden alt. Wir kommen bald in dieses Alter und solche Dinge. Wir genießen einfach den Moment, den wir jetzt haben. Wir sind noch nicht in dem Alter, also müssen wir auch noch nicht über dieses Alter nachdenken. Manche fragen ja gern, wie alt bist du? Und dann reden sie über das nächste Jahr. Das ist mein Alter. Aber warum sollten wir über unser Alter reden? Genieße einfach das Jahr, das du jetzt hast. Das nächste Jahr ist noch nicht da. Genieße dieses Jahr. Genieße den Moment. Es scheint, als würde jetzt in der Endzeit alles so schnell gehen. Wir müssen den Moment nutzen und in diesem Moment ruhen. Sei nicht in Eile. Achte darauf, was der Herr dir in diesem Moment zu sagen hat. Preis den Herrn. Vielleicht sagst du jetzt, aber wenn ich mich nicht beeile, verpasse ich den Bus. Ich verpasse den Erfolg, der auf mich wartet. Ich verpasse dies oder jenes. Nein. Hast du gewusst, dass deine Eile oft genau der Grund dafür ist, warum du in der Zukunft keinen Erfolg hast? Oft beobachten wir nämlich, dass Kinder Gottes feststellen, dass ihre Geschäfte sogar mehr Profit abwerfen, wenn sie ruhen. Genauso ist es in der Gemeinde. Wenn ich ruhe und dann vom Wort Gottes erfüllt zurückkomme, dann möchte ich von diesem Wort erzählen. Dann möchte ich für die Menschen in der Gemeinde da sein. Aber wenn ich erschöpft bin und nichts habe, das ich weitergeben kann … Nein, du willst mich lieber nicht hören, wenn ich erschöpft bin. Wir können nicht die ganze Zeit umhereilen wie Martha. Deswegen war sie auch so gereizt. Sie sagte zum Herrn, kümmert es dich nicht? Warum? Weil sie sich so viel zu schaffen machte. Sie machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und in Vers 41 sagt Jesus, Martha, Martha, du machst dir Sorge um vieles. Siehst du hier die Worte Sorge und Unruhe? Das Wort bei Sorge ist im Griechischen das Wort Merimnao. Und das Wort Merimnao kommt von Meris, was Teil heißt. Später sagt er zu ihr, Maria hat den guten Teil erwählt, Meris, ein Teil. Aber Merimnao bedeutet, in viele Teile geteilt zu sein. Es bedeutet wörtlich, in viele, viele Teile zerrissen zu sein. Abgelenkt, beschäftigt. Mit anderen Worten, Sorge basiert darauf, dass man in verschiedene Richtungen gezogen wird. Beim Wort Merimnao heißt Meri Teil. Aber Merimnao heißt wörtlich in viele Teile zerrissen. Das bedeutet, dass man in viele verschiedene Richtungen gezogen wird. Deine Aufmerksamkeit ist geteilt. Und deswegen bist du ungeduldig. Ich merke, dass es mir schwerfällt, freundlich und geduldig zu sein, wenn ich in Eile bin oder denke, dass ich eine Aufgabe erfüllen muss. Wenn Justin dann zu mir kommt, kann ich auch mal ungeduldig werden. Oder wenn meine Frau etwas sagt, dann entschlüpft mir vielleicht eine barsche Antwort. Ich sage dann zu ihr, es tut mir leid, ich habe gerade diese Sache im Kopf. Kennen wir das nicht alle? Wenn wir nur im Jetzt leben würden und nicht immer in Eile wären. Das Wort Eile heißt, wie ich vorhin gesagt habe, auf Hebräisch, ich zeige dir den Vers in der Bibel. In 1. Petrus 2 heißt es, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Siehst du das? Nicht zu Schanden werden. Wer an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Diese Stelle ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Jesaja 28. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen harten und kostbaren Eckstein, ein fest gegründetes Fundament. Wer glaubt, treibt nicht zur Eile. Ist das nicht interessant? Im Neuen Testament übersetzt der Heilige Geist das als, wer an ihn glaubt. Es ist die gleiche Stelle. Ein Zitat aus Jesaja 28, die gleiche Stelle. Hier heißt es, wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Aber bei Jesaja steht, wer glaubt, treibt nicht zur Eile. Warum? Warum ist es anders? Übrigens, das Wort für Eile hier ist das Wort chusch. Eine Lautmalerei. Chusch klingt wie wusch, wie ein plötzlicher, starker Windstoß. Und wie oft leben wir so? In der Bibel steht also, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann wirst du nicht gestresst sein. Dann wirst du nicht in Eile sein. Das sagt uns das Neue Testament. Wenn man eins und eins zusammenzählt, will uns der Heilige Geist hier etwas sagen. Er möchte uns hier ein Geheimnis verraten, wie diejenigen, die an Jesus glauben, nicht zu Schanden werden. Warum? Weil sie nicht in Eile sind. Weil sie nicht gestresst sind. Weil sie nicht überarbeitet und ständig beschäftigt sind. Etwas, das uns ständig beschäftigt hält, ist unser Handy. Wir haben heute hier diese modernen Geräte, mit denen wir irgendwie verbunden sind. Ohne Operation kann man sie nicht mehr aus den Händen entfernen. Wir müssen die ganze Zeit drauf schauen. Und weil wir ständig aufs Handy schauen, denken die Leute nicht mehr nach. Das ist nämlich interessant. Ein anderes Wort für Nachdenken ist auch Nachsinnen. Über etwas Nachsinnen. Und David sagt, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet. Wenn du über Gottes Wort nachsinnst, wird Gottes Feuer entzündet. Deswegen predige ich so gern mit einem brennenden Herzen über etwas, das Gott mir offenbart hat. Oft zeigt mir der Herr etwas für euch und entzündet mein Herz dafür. Und dann komme ich mit diesem Feuer über euch und brenne alles Unnötige und alle Sorgen und alle Panikattacken in deinem Leben mit dem lebendigen Wort Gottes weg. Halleluja! Wer glaubt, treibt also nicht zur Eile. Und wer in Eile ist, wird zu Schanden. Irgendwo lauert die Schande. Man wird beschämt. Etwas wird nicht funktionieren. Vor dir liegt Versagen. Das steht buchstäblich dort. Dort steht, dass wir zu Schanden werden, wenn wir in Eile sind. Wenn wir nicht in Eile sind, sind wir Menschen, die an den Herrn glauben. Wenn wir nicht in Eile sind, werden wir nicht zu Schanden. Mit anderen Worten, dann erwarten dich Dinge, die dich zum Lächeln bringen und dir Freude schenken werden. Sieg und Erfolg liegen vor dir, weil du nicht zu Schanden wirst. Und was bedeutet es, wenn wir sagen, dass wir Gott glauben? Es heißt, dass wir Menschen sind, die ruhen. Der Herr gibt uns im oberen Zimmer nur eine Anweisung. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, denn ich hinterlasse euch meine Ruhe. Ich gebe euch meinen Schalom. Du musst also nur dafür sorgen, dass dein Herz nicht erschrocken und nicht verzagt ist. Beschütze dein Herz. Schütze es und du schützt deine Gesundheit. Schütze es und du schützt deine Familie. Schütze es und du schützt deine Arbeit oder Beschäftigung. Schütze es und du schützt deine Zukunft. Schütze es und du schützt dich selbst. Mehr als alles beschütze dein Herz. Versuche nicht, dich vor äußerlichen Dingen zu schützen. Dann wirst du in verschiedene Richtungen gezogen. Beschütze nur diese eine Sache, dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Das Leben, nicht der Tod. Amen. Ich weiß noch, dass ich einmal etwas über einen Mann gelesen habe, der immer, wenn er seinen Sohn von der Schule abholte, versuchte, den schnellsten Weg zu finden. Er war zur Stoßzeit unterwegs und es herrschte viel Verkehr. Und er versuchte immer, sich selbst in die kleinsten Lücken hineinzuquetschen. Er versuchte immer, so schnell wie möglich zu sein, selbst wenn er es nicht eilig hatte und nichts weiter zu tun hatte. Manche Leute sind so. Sie arbeiten zwar von zu Hause, aber sie fahren trotzdem immer zu schnell. Oder sie versuchen an den Kreuzungen immer die Spur mit den wenigsten Autos zu finden. Als würde das etwas ändern. Man gewinnt ohnehin nur ein paar Sekunden. Aber weißt du was? Es ist eine Frage der Mentalität. Ich weiß noch, wie der Vater der Stressforschung, Dr. Selye, den Stress entdeckte. Er war eigentlich Herzspezialist. Und ihm fiel auf, dass viele der Menschen, die in seine Sprechstunde kamen, sehr unruhig waren. Er merkte das an einem Patientenstuhl. Die Sprechstundenhilfe sagte häufig zu ihm, wir müssen den Stuhl wieder neu polstern lassen, weil der Stuhl, auf dem die Leute Platz nahmen, ständig an den Kanten abgewetzt war. Er war immer wieder so schnell abgewetzt, dass sie ihn alle paar Monate neu polstern lassen mussten. Und der Arzt, Dr. Hans Selye, fing an zu überlegen, da steckt etwas dahinter. Diese Leute sind alle gestresst. Sie haben Herzprobleme und sie sitzen immer auf der Stuhlkante. Jedes Mal, wenn sie kamen, saßen sie auf der Stuhlkante. Und dann blickte er aus dem Fenster und sah, dass die Autos seiner Patienten alle rückwärts geparkt waren, also mit der Vorderseite nach vorn, sodass sie besonders schnell wieder wegfahren konnten. Nur wenige parkten umgekehrt ein. Und ihm fiel auf, dass sie alle sehr ruckartig aufstanden und gingen. Sie standen auf, zack, und verließen den Raum. Er nannte das Typ A-Charaktere. Menschen vom Typ A sind Macher und Reformer und haben es immer eilig. Es sind oft Menschen, die beruflich sehr erfolgreich sind. Aber zu welchem Preis? Er nannte sie Typ A-Menschen. Sie sind anfälliger für Herzerkrankungen. Auch bei diesem Vater, von dem ich euch erzählt habe, der es überall so furchtbar eilig hatte, wurde schließlich eine Herzkrankheit festgestellt. Und nach wenigen kurzen Jahren war er tot. Freund, geh es langsam an. Geh es langsam an und lebe. Denn das Leben, das du damit rettest, könnte dein eigenes sein. Lass es langsam angehen und lebe. Preis den Herrn. Gehen wir zurück zu Maria und Martha. Jesus aber sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Merem nao bedeutet also, in verschiedene Richtungen gezogen zu werden. Und bei Unruhe um vieles steht bei Unruhe das Wort Toribazo. Und Toribazo ist ein sehr interessantes Wort. Das Wort Toribazo ist ein Verb und bedeutet unruhig sein. Aber eigentlich kommt es von dem Wort Toriboz. Und Toriboz beschreibt einen Aufruhr, einen Tumult, eine Menge, die ihr Unwesen treibt. Es ist ein Fall von öffentlicher Unruhe. Ein Tumult, ein Aufruhr, eine aufgebrachte Menge, Trubel und viel Lärm. Das ist das Bild hinter dem Wort Toriboz, von dem das Wort für Unruhe hier abgeleitet ist. Wenn man das alles einbezieht, heißt das also, dass im Kopf von Martha Unruhe und viel Lärm herrschten. Etwas sagte ihr, du musst dies tun, du hast jenes noch nicht gemacht, du hast dies noch nicht gemacht, du musst jenes tun, du musst dies tun. Los, 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 beeil dich, mach schon. Es war so viel Lärm in ihrem Kopf, der sie in verschiedene Richtungen zog. Das ist die Definition von Sorge. Und Toriboz beschreibt einen Lärm wie von einer Menge, eine Menge von Gedanken, die in deinem Kopf lauter Lärm machen. Und deswegen sagt Jesus, eines. Konzentrier dich auf eines. Tu das, wenn du merkst, dass du innerlich unruhig wirst. Und ich rede hier nicht über äußerliche Aktivität. Der Herr rügte Martha nicht dafür, dass sie äußerlich beschäftigt war, sondern dafür, dass sie innerlich unruhig war. Merim Nao, besorgt, innerlich in verschiedene Richtungen gezogen werden. Wenn man sie ansah, dachte man vielleicht, sie ist eben eine vielbeschäftigte Person, sehr erfolgreich, eine Frau mit Verantwortung. In der Gesellschaft war sie vielleicht hoch angesehen. Aber der Herr interessiert sich für unser Inneres. Denn aus dem guten Schatz des Herzens, aus unserem Inneren, bringt man das Gute hervor, also nach außen. Und ein böser Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens böse Dinge hervor. Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens gute Dinge hervor. Amen? Martha wurde also in lauter verschiedene Richtungen gezogen. Sie war voller Sorge. Sie war innerlich unruhig und voller Lärm. Und das gleiche Wort für unruhig – in viele Richtungen ziehen – verwendet Jesus auch dort, wo er die Zeichen der Zeit beschreibt. Wir erleben gerade, wie all diese Zeichen eintreffen, nicht wahr? Noch nie zuvor gab es ein Zeitalter wie das, in dem wir leben und in dem wir Computer und all diese Dinge haben. Und Jesus erwähnt, dass Seuchen kommen werden, bevor er wiederkommt. Manche Leute sagen, dass der Herr all diese Dinge schickt, um das Kommen von Jesus anzukündigen. Aber das stimmt nicht. Jesus sagt uns nur, dass das die Zeichen sind. Aber er sagt nicht, dass er die Dinge schickt. Wenn all diese Dinge geschehen, ist das nur der Anfang. Es bedeutet, dass der Teufel weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Das wird in der Offenbarung erwähnt. Der Teufel weiß, dass seine Zeit kurz ist, und er ist wütend. Er weiß, dass Jesus wiederkommt. Und darum verursacht er all diese Kriege und Gerüchte von Kriegen und Seuchen und Krankheiten und Erdbeben an verschiedenen Orten. Das ist nicht das Werk Gottes. Es ist das Werk des Teufels. Aber siehst du, was Jesus sagt? Ja, all diese Zeichen kommen, und wir stecken gerade mitten in einem davon. Wir erleben gerade eine der Seuchen, über die Jesus sprach. Und er benutzte die Mehrzahl. Seuchen. Aber schau, was Jesus in Matthäus 24 sagt. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht. Erschreckt nicht. Und bei Erschreckt nicht steht hier Troeo. Das ist die Stammform für das Wort Unruhig, das er zu Martha sagte. Toribazo. Das gleiche Wort. Unruhig. Von Toribos. Für Aufruhr, Tumult. Eine Menge, die in deinem Kopf schreit. Es ist das gleiche Wort. Der gleiche Wortstamm. Jesus sagt uns, achtet darauf, dass euch diese und jene Nachrichten nicht erschrecken. Es gibt heute ein Überangebot, eine Schwämme von Nachrichten und Medien, die uns zudröhnen. Und wir haben so viele Geräte, mit denen wir sie empfangen können. Wir hören auf sie, werden in verschiedene Richtungen gezogen und machen uns Sorgen um so viele Dinge. Doch Jesus sagt, auf eines müsst ihr in all dem achten. Achtet darauf, dass ihr nicht erschreckt. Auch wenn die Zeichen der Zeit sichtbar werden. Weißt du, ich glaube schon, dass wir über die Endzeit predigen sollen. Und das tue ich auch. Aber wir dürfen nicht Tod und Untergang predigen und Angst schüren. Der Herr selbst sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Er spricht hier zu Gläubigen, die schon gerettet sind. Er meint damit ihre körperliche Erlösung. Wir werden einen Körper bekommen, der für immer stark, gesund und gutaussehend ist. Für immer jung. Und wir werden nicht mehr sterben. Wie lange? Für immer. Für immer ist eine ganz schön lange Zeit, mein Freund. Jesus sagt, erhebt eure Häupter. Blickt hoffnungsvoll nach vorn, denn eure Erlösung naht. Mit jedem weiteren Zeichen der Zeit, das direkt vor deiner Nase und weltweit passiert, darfst du wissen, dass du deiner körperlichen Erlösung einen Schritt näher bist. Halleluja! Du wirst erleben, dass Jesus dich holen kommt. Und dein Körper wird verwandelt werden wie sein verherrlichter Körper. Du wirst gut aussehen. Sag zu deinem Sitznachbarn, du wirst gut aussehen. Halt noch ein wenig aus. Preist Gott. Ich werde auch gut aussehen. Halleluja! Ertrage mein Gesicht bitte noch eine Weile, aber eines Tages werde ich gut aussehen. Unsere körperliche Erlösung naht. Ja, mein Freund, preist den Herrn. Jesus sagte also, Martha, du machst dir Sorge, Merimnao, und Unruhe um vieles. Aber eines, sag eines, eines ist Not. Warum machte sich Martha um so vieles Sorgen? Weil sie das eine nicht getan hatte. Was war das eine, das Maria tat? Es war nicht nur, dass sie Jesus zuhörte. Sie saß. Und ich meine bei diesem Wort, das Gott uns heute sagen will, nicht nur körperliche Ruhe. Ja, oft gehört auch körperliche Ruhe dazu. Wir brauchen Zeiten der Ruhe. Gott selbst ruhte. Nicht, weil er müde war, sondern weil er eine Haltung der Ruhe einnahm, als sein Werk beendet war. Er ruhte. Nicht zu ruhen und in Eile zu sein, bedeutet übrigens, dass wir Gott nicht vertrauen. Aber wie kann ich ruhen, wenn die Arbeit noch nicht beendet ist? Lesen wir dazu Hebräer 4. Dort steht, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Aber es heißt auch, und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendet. Darum sagt er ihnen, dass sie ruhen sollen. In der Wirtschaft Gottes, in den Gedanken Gottes, in der Wirklichkeit Gottes, und das ist die Wirklichkeit, die über jede anderen Wirklichkeit steht, sind alle Werke vollbracht, die für unsere Versorgung, unsere Gesundheit und unser Leben nötig sind. Zumindest was Gott angeht. Gott hat alles vollbracht. Und dann sagt Gott uns, dass wir dort anfangen sollen, wo er aufgehört hat. Deswegen steht in der Bibel, wie ihr nun Christus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Ihr habt ihn angenommen, nun wandelt in ihm. Es ist also schon alles erledigt. Und nun leben wir darin. Mit anderen Worten, Gott hat den Zielpfosten genommen. Wenn du Sportler bist, dann weißt du, was ich mit dem Zielpfosten meine. Und weißt du, was Gott tut? Völlig seltsam. Er nimmt den Zielpfosten und stellt ihn an die Startlinie und er sagt zu dir, du stehst hier, du bist schon am Ziel. Du musst nicht erst ins Ziel laufen. Das hat mein Sohn schon getan. Und nun kannst du dort loslaufen, wo er aufgehört hat. Du kannst in dem leben, was schon vollbracht wurde. Deswegen versuchen wir so oft im Geist zu leben und enden dann doch im Fleisch. Und weißt du warum? Weil wir nicht aus diesem vollbrachten Werk heraus leben. Wir versuchen zu werden, was wir Gottes Worten zufolge schon lange sind. Wir versuchen zu vollenden, was am Kreuz schon vollendet worden ist. Wir versuchen zu beenden, was Jesus schon lange beendet hat, als er am Kreuz rief, es ist vollbracht. Wir versuchen, einen Feind zu besiegen, der schon besiegt ist. Dass wir versuchen, ihn zu besiegen, ist ein Zeichen für Unglauben. Hörst du? Ich will dir etwas sagen. Selbst der Versuch, Gott näher zu kommen, ist nicht das, was Gott will. Denn du bist schon dort. Du kannst Gott nicht näher kommen, als du es schon bist. Du sitzt in Christus auf der rechten Seite des Vaters. Denn alles, was er getan hat, hat er an deiner Stelle getan. Nicht nur für dich, sondern an deiner Stelle. Du sitzt jetzt mit Christus und bist damit ganz nah am Herz des Vaters. Bevor Gott mir das offenbarte, hat es in der Vergangenheit Zeiten gegeben, in denen ich gebetet habe, als sei Gott ganz weit dort oben und ich hier unten. Ich sagte, Vater, und es fühlte sich nicht so an, als würde er mein Gebet hören. Ich sagte, Vater, höre mein Gebet. Vater, höre mich. Ich war in großen Nöten und ich brauchte Gottes Hilfe so dringend. Aber je mehr ich so betete, desto weiter schien er entfernt zu sein, bis der Herr mir eines Tages zeigte, du musst nicht versuchen, mir näher zu kommen. Du bist doch schon hier an meiner rechten Seite. Du sitzt mit Christus in den himmlischen Regionen. Und so drehe ich mich heute einfach jederzeit zu ihm um. Und wenn ich Vater sage, ist mir bewusst, dass ich ihm schon ganz nahe bin. Amen? Gott vollbringt also das Werk. Und dann sagt Gott, du fängst dort an, wo ich aufgehört habe. Amen? Fang an, wo ich aufgehört habe. Wir beten also nicht für den Sieg, sondern wir beten aus dem Sieg heraus. Auch im Bereich der Heilung muss uns bewusst sein, dass wir nicht versuchen, geheilt zu werden. Ich weiß, dass die Schmerzen schlimm sind und dass die Diagnose in der natürlichen Welt, das Röntgenbild und all diese Dinge, etwas anderes zeigen. Aber Gott sagt uns trotz alledem, dass diese Wirklichkeit nicht auf der Wirklichkeit fußt, die Gott sieht, nämlich dem vollendeten Werk. Gott stellt das vollendete Werk direkt hier vor dich hin, wo du bist. Und Gott sagt, du bist geheilt. Mit anderen Worten, wenn du betest, dankst du Gott dafür, dass du geheilt bist. Diejenigen, die versuchen, geheilt zu werden, müssen immer um ihre Heilung kämpfen. Aber diejenigen, die beten, dass sie schon durch die Wunden von Jesus geheilt sind, erleben einfach, dass sich ihre Heilung zeigt. Vielleicht zeigt sie sich eine Stunde später, vielleicht nach einem Tag, vielleicht nach einer Woche oder nach einem Monat. Aber sie zeigt sich auf jeden Fall. Und deine Haltung vor Gott sollte die sein, dass du nur danach strebst, in diese Ruhe einzutreten, wo alle Werke vollbracht sind. Du sagst, Vater, ich versuche nicht, den Feind zu besiegen. Vielleicht sagst du, Herr, letzte Nacht … Ich spüre, wie mir der Herr das gerade sagt, weil mehrere von euch damit zu kämpfen haben. Ihr habt nachts schlechte Träume und schlaft nicht gut. Und ihr sagt vielleicht, Herr, ich habe diese schlechten Träume. Weißt du, geistliche Kämpfe sind Realität. Der Teufel greift dich genau mit solchen Dingen an, mit Sorgen, lästigen Gedanken, Lärm und einem Geist von Stress und Eile. Und er greift dich besonders gern an, wenn du ruhst. In was für einer Haltung bist du, wenn du schläfst? In einer Haltung der Ruhe, nicht wahr? Und genau dann greift der Teufel an. In 2. Mose 17 steht, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Joshua, erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte kennt, aber ich will sie kurz erzählen. Israel hat Ägypten verlassen. Der Auszug hat stattgefunden. Sie haben das Rote Meer überquert und sind nun auf der anderen Seite. Und dies ist ihre erste Schlacht, deswegen ist es bedeutsam. Es ist die erste Schlacht, in der Israel kämpfen musste. Wir erfahren hier, was der Teufel als erstes angreift. Und wir sehen hier auch zum ersten Mal das Wort Amalek. Es ist das erste Mal, dass Amalek angreift. Danach gibt es im Laufe der Jahre noch andere Schlachten. Sogar in der Geschichte von Esther taucht ein Nachfahre von Amalek auf. Aber ich will etwas sagen. Die erste Schlacht ist bedeutsam. Es ist die erste Schlacht der Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten und die erste Schlacht mit Amalek. Und sie fand an einem Ort namens Rephidim statt. In der Bibel gibt es keine unwichtigen Details. Selbst Namen haben eine Bedeutung. Und Rephidim bedeutet Ruheplätze. Der Teufel greift also an, wenn wir ruhen. Hör zu, mein Freund. Der Teufel kann nicht zulassen, dass du noch eine Minute länger ruhst. Er kann es nicht. Er kann es sich nicht leisten, dich ruhen zu lassen. Denn wenn du ruhst, bringst du Früchte hervor. Dann mehr Früchte und dann viele Früchte. Wenn du am Ort der Ruhe bist, bist du an einem Ort des Glaubens. Und du weißt, dass du nicht zu Schanden wirst. Der Teufel weiß das auch. Der Teufel weiß, dass der Ort der Ruhe wie das gelobte Land ist. Alles wird dir zufließen. Es ist der Ort, wo Milch und Honig fließen. Du bist an einem Ort der Gunst. Denn jetzt ist der Ort der Ruhe. Nicht in der Zukunft, nicht im Bedauern über die Vergangenheit, sondern genau jetzt ist die Zeit der Gunst. Wenn wir uns 2. Korinther 6 anschauen, lesen wir, aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Er erklärt hier also, wann Menschen die Gnade Gottes nicht empfangen können. Mit anderen Worten, sie empfangen die Gnade Gottes, aber vergeblich. Sie nützt ihnen nichts. Weißt du warum? Weil sie nicht im Jetzt leben. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Auf Hebräisch, der ursprünglichen Sprache, weil es ein Zitat aus dem Alten Testament ist, steht hier der Name Jesus. Bei angenehme Zeit steht für angenehm das Wort Dektos. Und das Wort Zeit heißt Kairos. Als Jesus in seiner Heimatstadt predigte und aus Jesaja vorlas, sagte er, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und bei angenehme Jahr des Herrn steht Dektos. Ein Jahr, in dem die Gunst Gottes reichlich vorhanden ist. So erklärt es der griechische Forscher Theia, wo Jesus dies aus dem Alten Testament zitiert, steht es im Neuen Testament auf Griechisch. Und dort steht Dektos. Das Dektos-Jahr ist jetzt. Wenn du also im Jetzt lebst, dann kannst du es genießen. Und dann empfängst du die Gnade Gottes nicht vergeblich. Das Wort Dektos steht hier also für angenehm. Und das Wort Zeit ist das Wort Kairos. Kairos steht für eine bestimmte Zeit. Wenn man sich das Wort Kairos genau anschaut, dann ist das eine bestimmte Zeit der Gunst, eine Zeit der guten Gelegenheiten. Es gibt im Griechischen noch ein anderes Wort für Zeit. Das ist das Wort Kronos, wie bei chronologisch oder Chronologie. Kronos. Und Kronos heißt wörtlich Zeit. Es bezieht sich nicht auf bestimmte Eigenschaften der Zeit, sondern heißt einfach Zeit an sich. Aber das Wort Kairos bedeutet nicht nur Zeit, sondern eine bestimmte Zeit. Eine Zeit der guten Gelegenheiten. Eine Zeit der Gunst. So wie Dektos. Amen? Es ist eine Zeit, in der gute Dinge geschehen. Und es ist eine Zeitspanne. Als Kairos galt eine Zeitspanne von vielen Tagen. Und während dieser Zeit gab es viele gute Gelegenheiten und Segen. Diese Zeit und das Dektosjahr sind jetzt. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit des Heils. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass wir keine Gunst erleben werden, wenn wir nicht im Jetzt leben. Dann werden wir keine Hilfe erfahren. Wir werden keinen Segen bekommen, wenn wir außerhalb davon leben, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Zum Beispiel, wenn wir mit Bedauern an die Vergangenheit denken, immer zurückblicken und darüber jammern, was hätte sein können. Amen? Oder was man sich vielleicht gewünscht hätte. Oder wenn wir den Fehler von jemandem bedauern. Wenn du in der Vergangenheit lebst, wirst du dort keine Gunst finden. Und auch wenn du dir Sorgen machst und unruhig und ängstlich in die Zukunft blickst, wirst du dort keine Gunst finden. Denn dann verschwendest du deine Zeit. Genieße das Jetzt. Lebe im Jetzt. Das Jetzt ist der Moment, in dem die Gunst da ist. Jetzt ist die Zeit, in der die guten Gelegenheiten in Fülle da sind. Jetzt ist die Zeit, in der Gottes Segen reichlich vorhanden ist. Heute. Halleluja. Jetzt ist der Tag des Heils. Wir zitieren oft diesen Vers in Bezug auf die Bekehrung und man kann es durchaus darauf anwenden, denn es gibt keinen bestimmten Tag des Heils mehr. Der Tag des Heils ist jetzt. Jetzt ist zum Tag des Heils geworden. Wir können also durchaus sagen, nimm Christus jetzt an. Zögere nicht. Schiebe es nicht auf. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wenn du gerade zuschaust und es dich betrifft, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Jesus anzunehmen. Halleluja. Amen? Der Vers kann also durchaus auch darauf angewendet werden. Aber dieser Vers sagt noch mehr. Er sagt uns, dass all die Gunst, all die guten Gelegenheiten und all die guten Zeiten, die du von Gott erbittest, dass all das jetzt in diesem Moment ist. Und all das kommt von Jesus. Der Tag von Jesus, der Tag des Heils ist jetzt. Leben wir also im Jetzt. Und wie tun wir das? Mach dir das jetzt bewusst. Mach es dir bewusst. Mach es dir bewusst, wenn du mit Menschen sprichst und auf sie eingehst. Lebe im Jetzt. Wie oft redest du mit Menschen, vielleicht mit deinem Ehepartner, mit deiner Frau? Und deine Gedanken schweifen ab und du denkst darüber nach, was du noch tun willst oder was es später zu essen gibt. In meinem Fall wäre es vielleicht meine nächste Predigt oder welches Argument ich noch zur Sprache bringen muss. All das überlege ich mir, während ich mit Wendy rede. Und dann schaut sie mich manchmal an und sagt, bist du da? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Dann versucht mich, mein blitzschneller Verstand zu retten und ich wiederhole den letzten Satz, den sie gerade gesagt hat. Aber sie weiß es. Sie kennt mich. Ich habe es noch nicht geschafft. Auch ich muss mich daran erinnern, im Jetzt zu leben. Ich muss im Jetzt leben. Als Pastor habe ich früher, als ich noch weniger Erfahrung hatte und nichts über die Gnade wusste, das Predigen oft nicht besonders genossen. Ich sah es eher als Aufgabe, die man eben erfüllen muss. Aber jetzt genieße ich es zu predigen. Halleluja. Manchmal genieße ich es so sehr, dass meine Predigt ewig währt, wie die Gnade Gottes. Keine Angst, ich lasse euch gleich gehen. Preis den Herrn. Der Feind greift uns also in erster Linie dort an, wo wir ruhen. Kommen wir zum Wort Amalek. Gehen wir zurück zu der Stelle. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Das Wort Rephidim heißt also Ruheplätze. Schauen wir uns das Wort Amalek an. Amalek kommt von dem hebräischen Wort Amal. Amal. Und Amal bedeutet wörtlich mühevolle Arbeit. Anstrengende Arbeit. Weiter heißt es in der Geschichte, dass die Feinde kamen und gegen Israel kämpften. Israel kämpfte und Mose hob seine Arme. Er stand auf dem Hügel und hob seine Arme. Aber bald wurde er müde und seine Arme sanken herab. Und in der Bibel heißt es, immer wenn seine Arme heruntersanken, siegte Amalek über Israel. Also kamen Aaron und Hur und hielten Moses Arme hoch. Und weißt du, was sie machten? Sie sagten ihm, er solle sich hinsetzen. Erst als er, erst als er saß, konnte Israel siegen. Wofür steht dieses Bild? Für uns, die wir in Christus in den himmlischen Regionen sitzen. Amen? Nur wenn wir sitzen, werden wir in unserem Leben siegen. Nur wenn wir ruhen. Wenn du zu sehr mit dem Kampf beschäftigt bist, lerne zu ruhen. In einer Schlacht setzt man sich nicht einfach hin, stimmt's? In einer Schlacht setzt man sich nicht hin. Aber Gott zeigt uns, wie man richtig kämpft. Gottes Weg zum Sieg ist immer das Hinsetzen. Du bereitest vor mir einen Tisch. Und weißt du was? An einem Tisch steht man nicht, an einem Tisch sitzt man. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Amen? Wem ist nach Essen zumute, wenn er seine Feinde vor sich hat? Deine Feinde heute können körperliche Symptome sein. Oder ein Kind, das Probleme mit dem Schlafen hat. Es kann auch dein Chef sein oder eine Aufgabe, die du noch nicht erledigt hast und die dich beschäftigt. Und du weißt nicht, ob du ihr gewachsen bist. Was auch immer bei dir Stress verursacht, das ist dein Feind. Dein Feind heute besteht nicht aus Fleisch und Blut. Wenn das dein Feind ist, ist dir dann danach, dich hinzusetzen und zu ruhen? Nein. In der natürlichen Welt eigentlich nicht. Und doch sagt Gott, setz dich und iss. Übrigens, das Wort Brot heißt auf Hebräisch Lechem. Und das Wort für Kampf heißt Lacham. Es kommt praktisch vom gleichen Wort. Es wird genau gleich geschrieben. Lechem, Lacham. Es wird nur anders ausgesprochen. Mit anderen Worten, so bekämpft man den Feind. Und es wird hier sogar verwendet, als Israel mit dem Feind kämpfte. Da steht hier in 2. Mose 17 Lacham. Lacham. Lacham ist das gleiche Wort, von dem auch Brot abgeleitet ist. Lechem. Bet Lechem. Haus des Brotes. Lechem. Lacham. Mit anderen Worten, du kämpfst, indem du isst. Je mehr du dich von Gottes Wort nährst, es hörst, je mehr du isst und sitzt, desto mehr bekämpfst du deine Feinde. Mose setzte sich hin und die Feinde wurden besiegt. Und das werden auch deine Feinde. Sie werden alle besiegt, wenn du ruhst. Sei also nicht in Eile. Mach dir keine Sorgen. Sei nicht unruhig. Und Jesus sagt über die Endzeit, wenn diese Dinge geschehen, gehen wir noch einmal zurück. Was sagt er? Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt acht. Erschreckt nicht. Das ist der gleiche Wortstamm, wie dort, wo er zu Martha sagt, du machst dir Sorgen um vieles, Troeo. Er sagt hier, erschreckt Troeo nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Nächster Vers. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen. Aha, Seuchen. Plural. Verschiedene Seuchen. Auch Erdbeben an verschiedenen Orten. Aber Jesus sagt, habt acht, dass ihr nicht, nicht was, habt acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Erschreckt nicht, wenn ihr Predigten über die Endzeit hört. Und es heißt, dass das Zeichen des Tieres gekommen sei. Das Zeichen des Tieres kann nicht erscheinen, bevor wir nicht Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Und übrigens, das Zeichen des Tieres ist etwas, das der Antichrist bringt. Und der Antichrist ist vielleicht schon irgendwo da, aber er ist noch nicht sichtbar. Erst wenn er sichtbar und zu einem weltlichen Anführer geworden ist, kann er das Zeichen des Tieres in Kraft setzen. Das Zeichen des Tieres gibt es also noch nicht, okay? Es ist nirgends versteckt. Das Zeichen des Tieres heißt es in der Offenbarung, wird während der sieben Jahre der Trübsal da sein. Und man wird ohne das Zeichen nicht kaufen oder verkaufen können. Manche Leute sagen, man könne auch heute schon das Zeichen des Tieres annehmen. Aber an diesem Zeichen wird nichts unklar oder geheim sein. Es wird eindeutig sein. Jesus sagt also, habt Acht, dass ihr nicht erschreckt. Wenn du Predigten über die Endzeit hörst und sie dein Herz erschrecken, dann hörst du nicht auf das, was Gott dir sagen will. Dann hörst du nur die Auslegung dieser Person. Wenn die Auslegung voller Finsternis und Weltuntergang ist und sie dein Herz erschreckt, dann vergiss es einfach. Geh spazieren. Geh mit deiner Liebsten spazieren und genieß das Leben. Geh ein Eis essen. Setz dich irgendwo hin und entspann dich. Denn mir ist lieber, dass du so etwas tust und körperlich ruhst, anstatt dich mit all diesen Dingen zu beschäftigen und dir Sorgen zu machen und Menschen zu fragen und zu googeln. Jesus selbst hat gesagt, und er ist der Einzige, dem du zuhören musst. Habt Acht, dass ihr nicht erschreckt. Preist den Herrn. Jesus hat gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Warum wehrst du dich nicht? Wehre dich gegen dieses ängstliche und sorgenvolle Herz. Wehre dich einfach dagegen. Jesus sagte in der Bergpredigt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise? Halten wir kurz inne. Was meint er damit, wenn er sagt, ist das Leben nicht mehr als die Speise? Meint er damit ein schlechtes Leben? Ein Leben in der Niederlage? Ein Leben voller Stress? Nein. Natürlich meint er ein gutes Leben. Ist ein gutes Leben nicht mehr als Speise und der Leib mehr als Kleidung? Was nützt ein Körper, der krank ist? Meint er, ein kranker Körper sei mehr wert als Kleidung? Natürlich nicht. Er spricht hier über ein gutes Leben und einen gesunden Körper. Ist nicht das gute Leben mehr als die Speise und der gesunde Leib mehr als die Kleidung? Und wie bekommt man das? Sorgt euch nicht um euer Leben. Das Wort bei Sorgen hier ist das Wort merim nao. Lasst euch nicht zerreißen. Lasst euch nicht in verschiedene Richtungen ziehen. Auch nicht von all dem, was im Alltag zu tun ist. Mit diesem Bild vom Essen und Trinken ist mehr als nur Essen und Trinken gemeint. Ist das Leben nicht mehr als Essen? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Jesus spricht hier über deine Gesundheit und dein Leben, deine Lebensqualität. Er sagt, dass diese Dinge wichtiger sind. Es ist wichtiger, Leben im Überfluss und in Fülle zu haben. Es ist ein Leben, über das Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Deine Lebensqualität ist wichtiger als all dein Essen. Und für deinen Körper ist es wichtiger, dass er gesund ist, als Kleidung zu haben. Was nützt Kleidung, wenn man sie nur einem kranken Körper anziehen kann? Jesus verrät uns hier ein Geheimnis. Möchtest du wissen, was das Geheimnis für einen gesunden Körper und Lebensqualität ist? Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine merim nao. Lass dich nicht ablenken oder in viele Stücke reißen. Sorge dich nicht um dieses oder jenes. Sorge dich nicht. Jesus scheint diesen Satz hier in der Bergpredigt ständig zu wiederholen. Er sagt mehrmals, sorgt euch nicht und ihr werdet versorgt. Und ihr werdet ein gutes Leben haben. Einen gesunden Körper. Mit anderen Worten, wir müssen erkennen, dass Sorgen unserer Gesundheit schaden. Sorgen haben einen negativen Einfluss auf unsere Arbeit. Sie beeinflussen unser Familienleben negativ. Wir müssen das erkennen. Wenn du aufhörst, dich zu sorgen, lässt du das Versagen hinter dir. Du lässt die Schande hinter dir. Du lässt die Niederlage hinter dir. Die Depression. Du lässt die Krankheiten hinter dir. Du lässt alles hinter dir, was verletzt oder zerstört. Denk daran, der Dieb kommt, um zu stehlen, bevor er tötet und verdirbt. Und was stiehlt er? Er versucht, das Wort zu stehlen, das dir Frieden bringt. Genau wie Amalek. Mühevolle Arbeit. Und dann, seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Auch hier wieder. Merimnao. Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Die Blumen auf dem Feld, sagt Jesus. Siehst du, was ich markiert habe? Wie sie wachsen. Möchtest auch du in deinem Leben als Christ zu Schönheit heranwachsen? Möchtest du in größere Gesundheit hineinwachsen, auch körperlich? Möchtest du in jedem Bereich deines Lebens wachsen? Oder möchtest du stehen bleiben? Natürlich nicht. Du möchtest wachsen. Jesus sagt, seht euch die Blumen an, wie sie wachsen. Auf welche Weise sie wachsen. Wodurch sie wachsen. Und wie wachsen sie? Wie sind sie gewachsen? Er sagt, sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Und was steht hier bei mühen? Weil es das Neue Testament ist, steht es dort auf Griechisch. Aber in einer hebräischen Bibel steht hier das Wort amal. Im Griechischen ist es das Wort kopiao. Kopiao, wie kopieren. Kopi-a-o. Es bedeutet müde werden, sich plagen, sich abmühen. Gute Nachrichten, Freunde. Jesus sagt uns hier, wie wir wachsen, wie wir vorankommen. Das Wort wachsen heißt auch, im Leben vorankommen. Das griechische Wort hier bedeutet wörtlich vorankommen, wie man in jedem Bereich vorankommt. Wie wird eine Blume so schön? Und der Körper einer Blume ist ihre Gesundheit. Wenn sie welkt, wird sie krank und stirbt, nicht wahr? Wie wachsen sie also? Wie werden sie so schön und gesund? Wie? Sie mühen sich nicht. In der hebräischen Bibel, im hebräischen Neuen Testament, das die messianischen Juden in Israel heute verwenden, steht bei, sie mühen sich nicht auf Hebräisch, sie amal nicht. Mühevolle Arbeit. Das ist das griechische Kopi-a-o. Pass also auf, dass du nicht in dieses ermüdende, mühevolle Arbeiten hineingerätst. Arbeit an sich ist nicht das Problem, aber die mühevolle Arbeit. Wenn man schwer arbeitet, manche sagen, man muss doch schwer arbeiten. Nein, nicht schwer. Arbeite mit einer inneren Ruhe und du wirst mehr Erfolg haben. Meine Zeit ist um. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Hast du Jesus schon als deinen persönlichen Herrn und Retter angenommen? Möchtest du das jetzt tun? Hör gut zu. Jesus sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Gott hat seinen Sohn für dich hingegeben. Du bist der Nutznießer dessen, was Gott getan hat, weil er dich liebt. Er hat dir seinen Sohn gegeben. Es ist für dich bestimmt. Damit jeder, der an ihn glaubt, es ist so einfach, glaube an den Herrn Jesus Christus. Er sagt dir nicht, dass du erst viele gute Werke tun musst, um gerettet zu werden. Nein, er sagt, glaube einfach an Jesus. Glaube, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben und wieder von den Toten auferstanden ist, um all deine Sündenschuld vor Gott zu begleichen. Heute stehst du vor Gott in der Gerechtigkeit Gottes. Amen. Du stehst freigesprochen von all deiner Schuld vor Gott. Du bist freigesprochen, weil all deine Sünden vergeben sind. Wenn du das willst und Jesus und seine Rettung nun annehmen möchtest, dann bete das folgende Gebet mit. In diesem Moment wirst du auch den Schalom-Frieden Gottes empfangen. Bete mit mir. Vater, ich danke dir, dass Jesus Christus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Ich danke dir, dass sein Blut meine Sünden vollkommen abgewaschen hat. Und ich danke dir, Vater, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast, als du mich freigesprochen hast. Jesus Christus ist nun und für immer mein Herr und Retter. Im Namen von Jesus. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Vater. Ich spüre, wie Gott gerade Menschen befreit, besonders die von euch, die nachts Schlafprobleme haben. Das betrifft mehrere. Er schenkt dir gerade Heilung und Frieden für deinen Schlaf. Im Namen von Jesus. Amen. Danke, Herr. Wenn dein Kopf heute Abend dein Kissen berührt, dann wirst du herrlich schlafen. Dein Schlaf wird süß sein. Das ist das Wort, das ich empfangen habe. Ein süßer Schlaf. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Freunde, steht alle auf. Halleluja. Preist den Herrn. Der Herr selbst segne dich in der kommenden Woche mit dem Segen von Vater Abraham und jedem Segen aus 5. Mose 28. Möge all das in der kommenden Woche in deinem Leben sichtbar werden. Der Herr selbst beschütze dich und deine Lieben vor jeder Krankheit und jedem Leiden. Der Herr selbst beschütze dich vor Schaden und Gefahr und vor der Macht des Bösen. Du stehst unter der Macht Gottes. Der Herr begünstigt dich, lässt sein Angesicht über dir scheinen und schenkt dir Erfolg. Alles, was du berührst, lässt er in der kommenden Woche gelingen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, lasse es über dir leuchten und schenke dir und deiner Familie seinen Schalom. Frieden, Gesundheit und Wohlergehen. Freunde, bleibt in seiner Ruhe und genießt das gute Leben. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.